Wir sind heute ganz alleine in einem riesen Trampolin Park und ich werde heute Finn und Dylan den Backflip in nur fünf Minuten beibringen. Aber natürlich ist auch Alex mit dabei und wir finden heute heraus, wer schneller den Backflip beibringen kann. Natürlich ich. Zum Aufwärmen starten wir direkt mit einem kleinen Fangspiel. Jungs, ihr müsst wegrennen. Drei, zwei, eins, go! Ohne die Alex! Scheiße, mein Kreuz war alles. Mein Kreuz war so langsam, ich muss alles machen. Ah! 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 Wir gehen einfach beide auf den! Nein! Ja! Wir haben ihn! Okay, jetzt nur noch Finn, komm schon, komm schon! Wo bleibt der? Der ist da hinten, der ist da hinten weg. Du kommst von rechts, ich komm von rechts, du kommst von links. Okay, von hier. Komm, 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 kreis ihn ein, kreis ihn ein. Jo, er zieht da über die Seite ab. Nein! Scheiße! Was macht der? Was macht der? Okay. Ja! Juhu! Juhu! Bleib stehen! Junge, es ist anstrengend. Ich sterbe! Alter, mein Knie bricht gleich durch! Alter! Alex, du musst ihn selber holen, Alter! Boah! Scheiße, der startet schon wild. Wir testen jetzt die Ausdauer, die Kraft, die Balance, alles der Jungs. Und dann gucken wir, wer heute den Backflap als erster lernt. Ich bin so kaputt. Das erste Mal, dass ich seit dem Kreuzbandriss hier überhaupt im Trampolinpark bin. Ich zeig euch mal, was ich noch drauf habe, Leute, okay? Also Leute, seit meinem Kreuzbandriss, das ist der erste Backflip. Ich zeig euch, was Team Rick drauf hat, okay? Ich würd's lieber nicht machen, Rick. Ja komm schon, ich spring mit einem Bein, kein Problem. Team Rick, für den Win, wir machen das Ding, wir machen das Ding, let's go! Nicht mal der Trainer kann wegflippen. Um die Kondition der Kandidaten zu testen, müssen sie jetzt immer hin und her springen. Von hier bis ganz nach dahinten und wieder hierher. Und das Ganze für 5 Minuten. Jungs, es geht los in 3, 2, 1, go! Let's go! Weißt du, wie anstrengend das ist auf Dauer? Das ist geisteskrank. Wir gehen dazwischen und machen die Game of Flip Challenge, okay? Okay, okay, let's go! Wer der bessere Trainer ist, let's go! Ich versuche jetzt einmal Kommentarschautos im Saal zu geben. Die gehen raus an Matthias, Lea und Schwachs! Let's go! Oh Mann, 5 Minuten, ich bin doch jetzt schon tot! Kamala! Die spinnen doch! Trainer müssen auch extrem gut sein und selber was drauf haben. Deswegen machen wir jetzt die Game of Flip Challenge. Wir machen Best of 3. Rick, du fängst an. Ich muss einen Trick vormachen. Er muss ihn nachmachen. Wenn er ihn nicht schafft, kriegt ich den Punkt. Wenn er ihn schafft, kriegt er den Punkt. Aber wir dürfen nicht die Beine verwenden. Zehn Sprünge auf den Händen, mein Freund. Oder ist so viel? Wir machen sechs Sprünge auf den Händen, okay? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hohohohohoho! Viel Spaß, meine Freunde! Ich hab das noch nie gemacht, Alter, noch nie! Lightwork! So sieht's aus! Er hat zwei Versuche, zwei Versuche, meine Freunde, let's go! Eins! Das eineinhalb Sprünge. Komm schon, alles! Komm schon! Eins, zwei, drei, vier. Der ist mal 6, man! Jaaa! Der ist mal 6, man! Wahrscheinlich, Leute! Der Punkt geht so, erfordert mich! Was war das denn? Das war Magic Mike, war das. Cody 1,5. Cody 1,5. Let's go. Okay. Mit Ansage. Ja, tatsächlich. Der war richtig schlecht. Ich hab ihn lieber ein Jahr nicht mehr gemacht, Alter. Junge, was soll ich sagen, Alter? Ich weiß gar nicht mehr, wie der funktioniert. Wow, wenn ich jetzt einfach durchziehe und mein Kreuzband ist wieder kaputt, bist du schuld. Aber pass auf den Knie auf, du darfst nicht mit den Füßen landen. Ja! Let's go! Der Ulrich ist ein richtiger Competitor. Ich hebe auf. Ich hebe auf. Ich kann nicht mehr. Doppelt Vorwärtsseite, Rücken auf Rücken. Leute, ich hol mir den. Drei zu null. Drei, zwei, eins, go. Wuhuuu! Easy! Digga, Frontflip ist so gefährlich. Ich mach mal. Aber ich zieh ihn wahrscheinlich gar nicht durch. Ich hoffe, du ziehst mal irgendwas in deinem Leben durch, Alex. Wuhuuu! Du hast einfach die Tricks gewählt, die ich auch kann. Oh! Du hättest einfach zubleiben sollen. Du hättest ihn gehabt. Ja, ich hätt ihn gehabt. Hey, ich schenk dir noch einen Versuch. Komm, noch einen Versuch. Nee, 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 nee. Ah, das war schon zu... Leute, ich geb den Winner, Rick. Das war zu weit getravelt. Tricks mit Rick hat gewonnen. So muss das sein. Entweder ich verletz mich heute oder ich verletz mich heute. Eins vorbei. Kannst du dir aussuchen. Aber einen Blackflip schaff ich nicht. Ich mach keinen Sport, deswegen bin ich so K.O. Oder wir überraschen uns heute selbst und meistern das total. Wahrscheinlich. Jungs, die fünf Minuten sind noch nicht um. Bro, er schwitzt schon wie Sau. Unsere erste Challenge geht auf Schnelligkeit. Wir finden heraus, wer den Ninja-Parcours als erstes und als schnellstes überwinden kann. Finn oder Dylan, let's go. Kandidaten eins ist Dylan. Es geht los in drei, zwei, eins, go. Let's go, Dylan. Oh shit, er macht richtig schnell. Alter, wie schnell. Okay, okay, okay. Dylan, er hat einfach die richtigen Gene. Im Herzen bin ich auf jeden Fall gerade für Dylan geworden. Ich weiß nicht, was Finn dann ablegt. Ich glaube, er hat den Boden gerade gerührt. Hat er? Ich glaube schon. Wenn er das macht, ist er dann raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich, er hat Strafsekunden noch. Okay, schau mal, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Oh, 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 oh. Er handelt. Ey, komm schon auf Dylan! 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 Let's go! Let's go! Okay, aber das war schon eng. Okay, und? Und stopp! Boah! 39 Sekunden, mein Freund! Sehr stark! Das war echt stark! Yeah! Das war krass! Leute, wie kann es sein, dass 80 Prozent von euch die Videos anschauen, aber nicht abonniert haben, Leute? Wir sind knapp vor der 1 Million. Lasst alle ein Abo da, dann schaffen wir es vielleicht bis zum Ende des Jahres. Kommt schon, Leute, bitte! Finnl ist der Nächste. Wir werden sehen, was er so drauf hat. 3, 2, 1, go! Let's go! Let's go! Wird er die 38 Sekunden schaffen. Junge, Junge, da ist er auf jeden Fall noch ein bisschen langsamer. Ah, Männer, Köln! Junge, 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 jetzt, jetzt, jetzt! Ah, da hat er Zeit verloren. Dorfkind gegen Stadtkind, oder? Ja, ich glaub auch, ich glaub auch. Junge, mein Job ist nicht gut. Er hat auf den Boden einfach getreten, Leute! Hat er geschummelt, was? Was war das? Yo, was macht der? Was macht der? Der hat einfach geschissen. Junge, okay, stopp! 30 Sekunden für Finnl, aber, Junge, schreibt mal in die Kommentare, ob das zählt. Ich weiß nicht, was das gerade war. Schlafsekunden, Schlafsekunden, glaub ich. Das war Betrug! Das darf nicht zählen! Das war Betrug! Wer absolviert den Parkour am schnellsten, das muss ich sagen. Wir kommen zur nächsten Challenge. Wir sind hier übrigens gerade bei JumpXL in Krefeld. Sehr, sehr nice, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Weiter geht's! Bevor wir jetzt zum Backflip kommen, kommt noch eine letzte Challenge. Hier geht's um die Koordination. Was ist Koordination? Die beiden Trainer geben jeweils zwei Aufgaben vor und ihr müsst sie nachmachen und wir schauen, wer der Bessere ist. Okay, erste Übung. Echt jetzt? Nein! Die lernt Kinder. Easy! Doch nicht so easy. Das kriegt ihr hin. Als allererstes, das kriegt ihr alle hin. Hier einmal auf den Puff und wieder aufstehen. Let's go! Wer will anfangen? Ahhhh! Das schaffst du, okay? Let's go! Warte, also auf den Hinsetzen und dann... Auf oben ja, wieder aufstehen. Okay. Easy, Phil. Easy! So viel Schmack. Warte, 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 warte. Also... Ja, ja. Ja, gut. Check deine Beine noch, check deine Beine noch mehr. Ja, sehr, sehr nice. Okay, als nächstes. Bill und du. Jetzt hoffen, dass du mich bekommst. Und? Oh, okay, der rollt schon im Backbone. Zu viel, zu viel, zu viel. Bisschen weniger. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Sehr gut. Und? Okay. Ja, ja, ja. Will schon wieder zu viel. Oh, der macht... Oh, what the fuck! Er übertreibt direkt. Next step, next step. Ihr habt das schon alle gut gemacht. Aber vergisst nicht, eure Hände hier mitzunehmen, okay? Dylan, nicht den da machen. Oh, okay. Und jetzt macht ihr mal das hier, okay? Bis auf dem Puff. Halbe Drehung. Okay, also, macht erst mal das Erste. Das schaffst du. Okay, nochmal und? Nimm die Arme mit. Nimm die Arme mit nach oben bei dem Stecksprung. Ja, genau. Ja, so. Ja, genau. Wow. Okay. Also, ich weiß, dass... Rechts stand nicht ganz richtig. Und? Ja, ja, okay. Jetzt noch eine halbe Drehung. Jetzt eine halbe Drehung. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt wieder auf dem Pol landen. Einfach jetzt. Und? Ja! Das war's. Das war's. Das war's. Hat er wirklich geschafft. Oh! Ich werde die beiden jetzt einmal ganz kurz bewerten nach der Übung. Finnel bekommt 2,5 von 5 Sternen. Und Dylan bekommt 4 Sterne. Wuh! 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 Da ist das Ding! Ich finde es bodenlos. Und ich finde es auch eine Frechheit, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und ich finde es kommt nicht immer nur auf die Leistung an, sondern es kommt auch auf die Mühe an. Und ich habe mich so angestrengt gerade. Das stimmt. Und dass du mir dann nur 2,5... Ey, das war toll. Der Trostpreis. Der Trostpreis. Du hast ja noch die Chance. Jetzt kommt die nächste. Dylan! Oh ja! Dylan! Mensch! Mega! Ja, aber du musst dir irgendwas erklären. Schau mal, er erklärt nicht mal, was das für ein schlechter Trainer ist. Ich habe davor alles richtig erklärt. Okay. Okay. Das ist auch gut. Ja, ja, ja. Joooo! Ding schnell! Wuh! Wuh! Ich sah jetzt nicht perfekt aus, aber es war schon krass. Warte. Oh! Hä? Okay. So, mach ich so einen starken Gegner, der kann gehen. Ich mache den First Try einfach. Du kannst aber erst mal auf die Knie und dann auf den Bauch. Bitte, dass sie durchkommt. Oh! 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 Ich lieh doch! Ich lieh doch! Danke! Ja, danke! Oh! Let's go, let's go! Oh! Ja, ja, ja! Oh! 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 Ich dachte, das ist ein Schwimmbad, aber ich glaube, Köpferreger. Oh Gott! Und ich dachte, ich wäre heute der, der sich hier verlebt. Okay, also ich würde sagen, auf drei sagen wir, wen wir nehmen wollen. Okay. Drei, zwei, eins. Dylan! Könnte ich bei dir nehmen? Ich und Dylan. Nein, ich nehme Dylan. Dylan und ich, wir sind das beste Team. Er ist richtig athletisch. Er ist richtig schnell. Er hat richtig viel Power, Digga. Ja, okay. Dylan liegt auch mehr. Ja. Dann nehme ich Dylan. Echt? Ja. Hallo, ich bin der bessere Trainer gerade gewesen. Ja, wahrscheinlich! Der eine, schau mal, Deiner hat gerade hier, also ich glaube, Findel vertraut dir nicht mal mehr. Okay, also, alle einfachste Übung, die schaffst du auf jeden Fall, ist die Rückwärtsrolle, okay? Weil das ist die beste Vorübung. Ich habe auch gesagt, dass es auf jeden Fall schafft leichte Übungen. Das hat Rick gesagt. Das ist dabei rausgekommen. Einfach rückwärtsrolle. Die musst du nicht mal schön machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Übung für die nächste Übung. Ja, Hände an die Ohren. Ja. Genau. Jetzt einfach langsam rollen. Und jetzt rüber. Ja, genau. Genau. Jetzt benutzt deine Hände, damit du nicht nur auf dem Nacken bist. Nicht mal das krieg ich alleine hin, glaube ich. Hey, das reicht gut. Auf die Füße, nicht auf die Knie. Auf die Füße. Also so. Okay, okay, okay. Genau. Und jetzt wieder Hände an die Ohren. Ich mach das jetzt alleine. Okay, du machst das alleine. Schau mal, er macht's schon alleine. Ready? Set. Action. Und? Die war schöner als meine. Was willst du? Meine war schief einfach. So, dang. Rückkehrsrolle, kannst du? Rückkehrsrolle, ja. Kannst du einfach bis dahinten einmal rollen? Ich analysiere inzwischen deine Rolle. Okay? Ja. 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 Schön machst du das mit den Händen. Sehr schön. Hat er gut gemacht. Komm, komm, komm. Direkt wieder zurück. Nicht schlapp machen hier. Wir brauchen die volle Energy. Wir gehen zur nächsten Übung. Also du springst ein bisschen. Und dann lässt du dich auf den Rücken fallen. Und schaust schon gleich wieder. Ja. Genau so. Genau so. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt bisschen mehr Schmackes. Genau. Bisschen mehr Schmackes. Ja. Ja. Ja, okay. Das davor fand ich besser. Andere verbessern sich mit der Zeit. Ich verschlechter mich mit der Zeit. Ja. Weil ich so einen guten Trainer habe. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich besser. Ich konnte einfach Backflipschen davor, Digger. Und jetzt habe ich es aber verloren, Digger. Okay. Nächster Move. Wir hatten ja vorhin, dass wir auf den Rücken fallen. Ja. Jetzt versuchen wir quasi nicht wieder nach vorne hoch zu kommen. Sondern auf den Füßen dann hinten rum wieder zu landen. Genau. So. Ja, okay. Hast du es gesehen? Ja. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Yes. Da ist er schon. Da ist das Ding. Nächste Übung ist einfach nach hinten springen. Und dich fallen lassen, okay? Boah, ich habe richtig so Trust-Issues. Aber was ist, wenn es da auf einmal deine sind oder so? Nee, nee. Du kannst dich auch einmal fallen lassen, wenn du willst. Lass dich einmal fallen. Oh. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Boah, ich finde das ist richtig eine Überwindung. Ja, ja, voll. Genau, jetzt einmal mit springen machen. Wirklich mal mit Schmackes. Bleib aber gestreckt. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Jeder kann es schaffen. Jeder kann es schaffen. Auch Finnel. Schnulzt nicht so rum hier. Jetzt komm mal raus jetzt. Mein Schüler macht mich aggressiv langsam. Er braucht eine Hand, um rauszugehen. Ist er eine Prinzessin? Deine Prinzessin. Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt. Okay. Du springst jetzt quasi gestreckte Arme nach oben. Ja. Und dann tust du die Brust ein bisschen raus und versuchst quasi dich auf meinen Händen abzulehnen. Mit den Schulterblättern, okay? Okay. Und go. Ja. Und go. Yes. Jetzt wird es gefährlich, mein Freund, okay? Mhm. Du springst hoch, am obersten Punkt ziehst du die Beine zu dir. Die Beine leiten die Drehung ein. Ich zeig dir warum. Ja. Ich spring quasi nach oben. Und dann drehen die Beine rum. Yeah. Schlecht gezeigt. Ja, voll schlecht. Alter. Wäre mir richtig peinlich, wenn ich so was machen würde. Wir haben keine Zeit. Okay. Boah. Boah. Junge. Das. Hab ich dich teuer gedrehten? Boah. Nächste Übung. Beine zum Körper ziehen, okay? Ja. Okay. Ich hab sie angezogen und wieder gestreckt. Wieso? Weil ich sonst schon fast einen Backflip gemacht hätte. Ja. Siehst du? Hast du das gerade gesehen? Der hätte schon fast einen Backflip gemacht. Äh, lebt der noch? Äh, Finnel? Weißt du was wir jetzt machen? Ne. Du wirst mir sagen. Wir machen jetzt den Backflip. Boah. Ist genau das gleiche. Arme nach oben ziehen, Knie kommen zur Brust. Du musst nur wirklich abspringen. Und ich dreh dich einmal rum. Aber das ist ja kein geschaffter Backflip. Das ist ja kein geschaffter Backflip. Das ist ja kein geschaffter Backflip. Aber danach machen wir's auf dem Trampolin. Oh, Mika. Yes. Let's go. Das war der erste Backflip. Wie war's? Ja, Mika. Verstanden? Und dann einmal zum Test. Dann ziehen die Beine direkt an. Yes, Sir. Deswegen die Ausdauerübung. Yes, Sir. Okay. Ich würd sagen, wir machen das Ganze jetzt noch einmal auf dem Trampolin. Wir machen noch eine Übung, bevor es wieder zum Backflip geht. Okay. Kein Backflip. Boah, das ist echt hier Überwindung, finde ich. Im Endeffekt machen wir genau das gleiche wie gerade eben. Und am höchsten Punkt liegst du quasi auf meiner Schulter auf. Und ich lass dich einfach ganz sanft hinten runter. Okay. Dein Kopf ist die ganze Zeit safe. Okay. Yeah. Perfekt. Das sah gut aus, das sah gut aus. Eins. Eins. Und. Zwei. Ja. Wakanda forever, Digga. Junge, ich würd sagen, es ist Zeit, die anderen zu holen. Let's go. Okay, Finnel, wir ziehen jetzt ein... Leute, es ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Wir schauen jetzt, wer es schafft. Auf geht's. Nein, Finnel, wir schaffen das, okay? Wir sind gute Team. Hier einmal in der schönsten Gruppe. Der hättest du jetzt auf dem Trappeling easy geschafft. Safe, safe, safe. Oh Mann, das wird was. Okay, die fünf Minuten sind vorbei. Die beiden Contestants müssen das Ganze jetzt alleine machen. Wir werden nur eine Matte reinschieben. Mach das auf gar keinen Fall zu Hause nach. Das ist absolut gefährlich. Bei uns ist es begleitet. Wir haben aufgepasst. Wir schauen. Ich würd sagen, wir starten mit Dill. Ja, trainiert beim Besten. Das wird. Wenn irgendwas passiert, greif ich rein. Es zählt aber nur, wenn du es alleine schaffst. Mach einfach genau wie besprochen, okay? Ja. Du weißt es genau. Alles klar, ich bin hier. Ich bin hier. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Yes! Oh, egal, Alter! Stark, Leute, stark! Für den ersten Backflip muss das doch zählen, oder? Ey, das zählt. Meiner Meinung, das zählt, das zählt. Finale! Es geht los! Leute, ich hab den besten Coach. Wir beide, wir haben so viel durchgestanden. Ja, ja. Und du weißt eigentlich, dass ich der Bessere bin, ne? Ja, ja. Also ich bin besser als der denn, oder? Okay, okay. Ja, du bist 100% besser. Du ziehst jetzt einfach durch, okay? Können wir uns nochmal drücken davor? Ja, ja. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das nicht. Ich glaub, es war mein letztes. Okay. Okay, es ist soweit. Okay, drei! Drei, zwei, eins! Hä, was ist mit der Chein? Die flippen nicht. Oh mein Gott, der hat's wirklich durchgezogen, Leute. Checkt euch das letzte Video ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!